Liebe Freunde, ich werde ab jetzt meinen Wohnsitz nach Chemnitz verlagern. Warum ausgerechnet Chemnitz? Warum diese Stadt? Ganz einfach, ich hasse es mich zu kennen, ich kenne mich nie, niemals. Denn dabei würde ich meine empfindlichen Haare ausreißen und die armen Flöhe, Wanzen, Läuse und Zecken und sonstigen Kleinlebewesen in meinen Haaren könnten dabei verletzt oder sogar getötet werden. Also ich bin ein extremer Feind des Chemnitz. Aus gewissen Gründen und gesundheitlichen Gründen kann ich das Chemnitz nicht durchführen. Deshalb muss ich in eine Stadt ziehen, wo man sich nicht kämmen muss. Und Chemnitz ist so eine Stadt, da muss man sich nie kämmen. Chemnitz, wie der Name schon sagt. Chemnitz. Chemn dich niemals. Z-Z-Z. Also in Chemnitz muss man sich wirklich niemals kämmen. Chemnitz. Z-Z. Ja, da ziehe ich hin, muss ich nie mehr kämmen. Vor allem beim kämmen. Ja, da wird die Schädeldecke auch ein bisschen gedrückt und der Druck geht weiter auf die Synapsen und auf die braunen Zellen oder wie die heißen, die platzen dann und der EQ sinkt dadurch auch. Und da bin ich mir sicher. Also eindeutig Chemnitz, die einzige Stadt, wo ich leben möchte. Weil nur dort muss man sich nicht kämmen und Friseure gibt es da auch kaum, meiner Vermutung nach.